Wir sind sehr froh darüber, dass es gelingen kann, heute Ihnen die App vorzustellen, weil da steckt wahnsinnig viel Arbeit drin. Auch das, finde ich, muss man immer mal wieder deutlich machen, weil wir höchste Anforderungen gestellt haben bei Datenschutz, Datensicherheit, aber eben auch etwa bei der Frage, dass die Batterie nicht schnell leer ist, wie das in anderen europäischen Ländern das Erleben ist, und dass die Technologie dahinter gut ist. Das ist auch gute Ingenieurskunst. Das ging nicht nur ums wichtige Coden, sondern auch um Ingenieursarbeit. Und wir sind im Kosten- und Zeitplan heute mit Ihnen eben bei der Vorstellung dieser App. Und der Film hat gerade sehr gut die Grundzüge der App erklärt. Sie wahrt die Anonymität, das ist wichtig. Sie ist freiwillig in jeder Hinsicht, freiwillig, ob man sie runterlädt, freiwillig, ob man sie dann überhaupt einschaltet und die Bluetooth-Messung einschaltet. Sie ist freiwillig in der Frage, ob man nach einer Positiv-Testung sich dann entscheidet, andere zu informieren. Und sie ist auch freiwillig in der Frage, ob jemand, der informiert wird, über einen möglichen Risikokontakt und eine Risikosituation, wie der oder diejenige dann damit umgeht. Sie gibt also Empfehlungen, keine Anweisungen. Und das ist, glaube ich, nochmal für die Einordnung auch sehr, sehr wichtig. Wichtig ist auch immer wieder der Hinweis, diese App ist kein Allheilmittel, sie ist kein Freifahrtschein, aber sie ist ein wichtiges, weiteres Werkzeug bei der Eindämmung der Pandemie, bei der Eindämmung dieses Virus. Warum sage ich immer wieder ausdrücklich, sie ist kein Allheilmittel, kein Freifahrtschein? Weil es wichtig ist, dass die Bürgerinnen und Bürger am Ende mitnehmen, diese App ersetzt nicht vernünftiges Verhalten und aufeinander Acht geben. Das Virus ist immer noch da, das sehen wir an vielen Ausbrüchen, auch jeden Tag an verschiedenen Stellen, lokal. Und deswegen bleibt es auch mit dieser App weiterhin wichtig, Abstand zu halten, in bestimmten Situationen Alltagsmasken zu tragen, Hygieneregeln zu beachten. Aber, und das ist der entscheidende Unterschied und die neue Qualität, die App kann helfen, Kontaktpersonen von Infizierten schneller zu warnen, als das bisher möglich war. Und jede Stunde früher Warnung über eine Infektionsgefahr und Infektionsgefahr ist ein Gewinn beim Kampf gegen dieses Virus. Wir haben ja ab und an gefragt, passt die App eigentlich noch in eine Zeit, wo gerade auch die Infektionszahlen so niedrig sind? Und ich würde sagen, sie passt sehr, sehr gut, gerade in diese Zeit. Wir haben gemeinsam viel erreicht. Wir sind aktuell, Stand heute, mit den Infektionszahlen in einer guten Lage, aber wir wollen uns diese Lage ja auch erhalten, das Erreichte sichern. Und dabei leistet die App einen wichtigen Beitrag. Gerade in einer Phase, wo wir jetzt ja Zug um Zug in den Bundesländern sehen und entscheiden miteinander, dass es mehr und mehr Lockerungen gibt. Und es wird jetzt mehr und mehr Kontakte auch geben, ob auf der Demonstration, im Zug, im Bus, im öffentlichen Leben, wo es auch anonyme Nähe sozusagen gibt, wo man nicht weiß, wer ist eigentlich der oder die neben mir. Wenn ich vorgestern mit einem Freund essen war, dann erinnere ich mich im Zweifel daran, wer es war und dass es stattgefunden hat. Wenn ich in einer Demonstration war, wenn ich in einem Zug gefahren bin, kann ich nicht immer wissen, in aller Regel sogar nicht wissen, wer eigentlich der, die andere Mitfahrende ist. Und gerade in solchen Situationen macht die App einen entscheidenden qualitativen Unterschied, weil wir eben damit auch diejenigen informieren können über ein mögliches Infektionsrisiko, wenn ein Mitfahrender positiv getestet wird, wie wir sonst nie hätten informieren können. Und das macht die Kontaktnachverfolgung und das Unterbrechen von Infektionsketten eben deutlich einfacher, deutlich schneller, deutlich besser. Das geht im Übrigen auch in der Urlaubszeit. Ja, sie ist noch nicht, da arbeiten wir auch dran, in der Frage europäisch, alles in den Schnittstellen abgestimmt. Aber es gibt ja einige Länder, da sind auch viele Deutsche gleichzeitig im Urlaub. Da macht es dann schon einen Unterschied. Und viele sind in Deutschland im Urlaub. Und es macht einen Unterschied für die Rückkehr aus dem Urlaub. Auch das haben wir in den letzten Monaten erlebt, dass es auch da wichtig ist, schnell andere zu informieren. Wird es Situationen geben, wodurch die App auch mal ein Fehlalarm ausgelöst werden kann? Ja, das können wir nicht zu 100 Prozent ausschließen. Das ist wahr. Aber auch bei den Gedächtnisprotokollen, die heute angefertigt werden, wenn sie gefragt werden vom Gesundheitsamt, von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dort, erinnern Sie sich eigentlich noch, wen Sie in den letzten zwei Wochen so alles getroffen haben, wo Sie einen näheren Kontakt hatten? Auch dort ist nicht immer 100 Prozent Genauigkeit. Was die App ja macht, ist zu informieren und einzuladen, sich testen zu lassen. Und mir ist lieber ein Test zu viel, als ein Test zu wenig. Auch das ist eben wichtig, um das Virus weiter einzudämmen und unter Kontrolle zu behalten. Abschließend ist es wichtig, dass die App, wie eigentlich alles im digitalen Leben, als lernendes System angelegt ist. Wir wollen jeden Tag, auch aus den Rückmeldungen, ich bekomme heute Morgen schon viele Rückmeldungen, wie Sie sicherlich auch. Ich freue mich sehr, dass die Resonanz bis hierhin schon sehr, sehr groß ist. Und wir sehen, dass viele die App auch nutzen wollen. Aber aus den Rückmeldungen eben miteinander auch lernen. Sie wird jeden Tag, jede Stunde noch besser werden. Übrigens auch Lernen nicht nur für Deutschland, sondern wir erleben ein sehr hohes europäisches und internationales Interesse, auch an dem, was uns hier technologisch gelungen ist. Und daraus können wir dann eben jeden Tag diese App und das, was mit ihr möglich ist, auch besser machen. Die App ist sicher, sie ist freiwillig und sie ist einfach handhabbar. Mehr geht kaum.